Nachdem Bodo im letzten Part ein bisschen auf Tarza angemacht hat, geht's jetzt wieder weiter bei Happy Wheels. Und endlich, endlich, sagt der Bodo, endlich, Mega-Slam-Dunk! Yeah, es klingt auf jeden Fall abgefahren. Es klingt abgefahren und ich wette, es kommt wieder irgendein Abgef... Ach du Scheiße, es geht schon los. Wette F? So, Hölle. Was? Ich glaub, man muss hier einfach... Ja, das... Ach so, mein... Ich wollt grad zum Opa wechseln, bis ich bemerkt hab... Oh. Man kann gar nicht weg... Ja, nee! Was zur Hölle? Nee. Nee, yo! Nee, da fällt mir nix mal ein. Hallo, wie kommst denn du so hoch? Gas geben? Okay, manchmal klappt's auch nicht. Ich komm gar nicht so weit. Ja, man muss gut abspringen am Ende. Scheiße. Der kann doch nicht springen, oder? Nee. Äh, so in der Wheelie-Position muss das am Ende sein, irgendwie. Da kriegst du nochmal ein bisschen extra Speed. Scheiße. Ah. Okay, nee, das haut so nicht hin. Komm, 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 komm. Ja, ja, ja. Ja, nein, verdammt. Aber wie soll man denn das überleben, ey? Oh, fuck! Äh, ja, gar nicht überleben, ganz klar. Okay, das... Ja! Nee, ich bin jetzt nicht allen Ernstes übers Ziel drüber geflogen, oder? Ja, ich bin auch schon übers Ziel drüber geflogen. Alter! Ich glaub, du schaffst es am besten und nimm nur einfach... Ah, weil ich hab ne Idee. Ja, wie? Oh, nee, das war nicht gut. Komm, 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 komm. Wie kann man denn bitte übers Ziel drü... Oh, au. Kann man denn bitte übers Ziel drüber fliegen? Nee, das war auch nicht super. Das ist mir ein absolutes Rätsel, sonst schafft man es nicht mal in den Korb, in den imaginären und dann schaffe ich es, fliegt man gleich über es damit rüber. Ach komm, wie soll denn das gehen? Alter, das ist doch krank. Also es hat... Das ist geil. Aua. Dammit, jo! Alter, bei mir, guck mal. Jo. Ja, nee, ist klar, oder? Alter, jetzt komm... Ich glaube... Oh, weißt du, entweder zerreißt es mir den Kopf, oder... Das kann man nicht schaffen, ey. Wir willst'n da lebend rüberkommen. Ich glaube, du musst einfach... Nein! Haha. Komm schon, springen da rüber mit so einer Hechtrolle, oder was? Ich mach dich nützlich, Meister. Haha. Oh, der Bodo ist kurz davor zu schaffen. Jo. Das hat sich dann erledigt. Bei dir. Komm schon, gib Gas! Bua! Oh, Mann! Das haut nicht hin, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wie ich das mache, dass ich's manchmal darüber schaffe und manchmal nicht. Ja! Nein, komm! Ja, und jetzt überlebst! Äh, ist egal. Komm, auf die andere Seite! Nicht, nicht, nicht zu weit, ja! Komm! Komm! Victory! Du lebst! Komm schon! Bitte, Victory! Komm schon! Nein! Der Bodo! Bodo hat's geschafft! Ich doch auch, Bodo! Lauf, nehmt ihr das? Verdammt! Bodo, Mitleidpunkt, hallo! Ja, in den Kommentaren bitte ein bisschen Mitleid für den Wolf, weil ihr seht selbst. Mitleidpunkt, nicht Mitleidkommentare! Achso, ne, Mitleidpunkt bekommst du nicht. Scheiße, wo bin ich denn? Du hattest so viel Glück in den letzten Parts, das geschieht dir mal recht hier. Hohohohohohohoho! Was zur Hölle, was machst du mit dir? Oh, Mann, ey, komm, das hast du nicht verdient! Du kriegst vielleicht einen Mitleidsversuch dazu oder so. Ja, den will ich gar nicht. Ja! Jetzt komm schon! Fick die Oma! Ich lebe noch, ich lebe noch, vielleicht schaffe ich's noch. Ja, vielleicht. Ich geb dir einen Tipp, direkt einen Wheelie machen. du musst schon du musst einfach von anfang an wie die machen und dann ist sie so abgefahren aus was direkt am anfang ja und dann musst du musst du ja nicht so muss dann muss ich mit dem video nicht halten was ich so einen moment richtig vom richtigen moment muss man schon gar im richtigen moment vom gas gehen und was hast du denn gesoffen wieso muss ich denn vom gas gehen siehst du wärst im richtigen moment vom gas geschafft ja ich würde sagen es ist ein faires 18 zu 18 zur hölle ja leckt mich doch am arsch ehrlich leute verdammt das war das erste und letzte mal dass ich die so ein schiffenden tipp gebe ehrlich meine fresse und dann auch noch schneller als ich ja allein dafür gebührt mir eigentlich ein punkt aber sollte was sagen bodo den gebe ich dir jetzt wie jetzt kann ich 18 oder nee 19 18 nee 19 19 scheiße okay ich gebe dir doch nicht ja was denn jetzt nein du kriegst den weil es waren ja zu viele versuche jetzt also steht wie viel 19 19 ja muss ich mal meine liste aktualisieren sonst habe ich angst dass ich hier beschissen werde weil ich dir gerade wieder mit einem arsch klebe ja 19 19 19 ist der stand downhill downhill klingt einfach und letztendlich keine ahnung alpin stell ich mir immer was verdammt mein kind doch das ist nicht dein ernst oder ich habe keine ahnung man ich habe keine ahnung wie zur helle soll man das bitte schaffen ja darüber zu kommen ist mir auch ein rätsel also da nach dem speedstreifen 1 dreht doch einfach in die peter aber wenn du da hängen bleibst hast du schon verloren verdammt das ist ja asozial schon wieder wo jetzt habe ich aber speed er jetzt habe ich aber speed ja man ja man komm schon bitte kommt er jetzt nichts mehr asoziales bitte bitte komm schon ja so stelle ich das downhill vor okay das ist extrem geil gemachtes level ja bitte nein was wie soll man denn bitte da hinkommen zur hölle nein das geht doch gar nicht was du auch gerade hey wie soll denn das gehen mal ganz ehrlich nee das ist mir jetzt echt ein rätsel gewesen ich hatte ich hatte echt das gefühl ich hatte früher so viel speed aufnehmen soll aber gut ja eben keine ahnung du así inum komm Boum Restart gib Gas nein es hängt ist unfair hallo danke hey das gibt es nicht jetzt komme ich da wieder nicht rüber ey aber es ist schon geil ich ver coment некоторые schicken ich verstehe jetzt nicht wieso wie will das schaffen der teil ist asozial ey der katives hier keine ahnung Das bringt dir auch nicht. Glaubst mir. Komm jetzt. Ja, 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 ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah doch, ich hab jetzt den totalen Speed. Komm, komm, komm. Den totalen Speed. Gib mir den totalen Speed. Ja, ja. Komm schon. Scheiße, ich hab's noch nicht mal darüber. Oh. Ich lebe noch, ich lebe noch. Bringt mir wahrscheinlich so ungefähr gar nichts. Oh, oh, oh. Ja. Da kommt man nicht rüber, ey. Zur Hölle. Bin ich gut. Verdammt. Oh, wie ich dich hier abziehe in den letzten... Alter, da lenkt's gleich wie die Sau, weil der Bodo es schafft. Ich pack es nicht. So. Ja, du bist scheiße. Nein. Nein. Nein zur Hölle. Abziehen nennt er das. Komm, stirb am Stern, stirb am Stern. Komm, jetzt hab ich aber auch Speed drauf, ey. Komm. Scheiße. Komm. 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 Ja. Yes. Oh, scheiße, scheiße. Moment. Der Stern, der Stern, der Stern, der Stern, der Stern des Todes. Ich dachte, du schaffst es nicht. Ich hab gedacht, ich bin endlich mal wieder in Führung. Ah, geil, 0,40 Sekunden langsamer, aber egal. Damit haben wir beide den zwanzigsten Punkt. Verdammt. Ah, glücker. Wie in den Weihnachten. Ja, ich hab auch Angst gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber extrem geiles Level, möchte ich einfach mal sagen. Und North Pole Rush klingt irgendwie ganz genauso, das klingt auch so nach Downhill, bloß mit dem Nikolaus. Ja, mit dem Weihnachtsmann natürlich. Ach du Scheiße, was ist das denn? Ähm. Yo. So, verdammt. Hölle. Aua. Oh. 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 Genau. Was ist da, wie du Aquí zu? Oh. 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 okay Döde Oh verdammt, der hat sich dieses Level jetzt schon Ich bin im Ziel Beschissener Punkt für dich Shakalaka Da hat er mal wieder seine Nikolaus Skills bewiesen Sehr geil Oh, armer Bodo Das wird ein verdammter Punkt für mich Jetzt zeig uns, was du kannst Nein, komm schon, Santa Santa, komm Nein Oh oh Sieht nicht gut aus für den Bodo Das sieht gar nicht gut aus für den Bodo, aber Er rettet sich noch irgendwie Nein Nein, ich will dich aufgeben Ihr schafft das Die Helferlein ziehen nicht in den Tod Nice Oder? Nein Was? Wie zur Hölle? Nein Nein Die Helfer wollen dich töten Ihr schafft das Oh, fuck man Ach du Scheiße Das schaffst du nicht Sieh es ein, der Punkt gehört mir Ja Das war's endgültig Yes Und damit geht's ja mal Ich gehe wieder ganz verdient in Führung Ja 21 zu 20 Und mit so einem schönen Sieg Kann man die Folge auch schon wieder beenden Herrlich Der Nikolaus, ja Bodo kriegt Weihnachten wieder Keine Geschenke Wir feiern jetzt noch ein bisschen Und bis zum nächsten Mal Nein Nein Tschüss Erheblich Da Ich 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 Vielen Dank.